Samstag, 3. Dezember, aus Psalm 102, Vers 20 und 21. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und aus einem Adventlied, aus dem Lied Nummer 19, die zweite Strophe von Ottmar Schulz. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterland, von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja.